Und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Cartridge Massacre Switch Online Super Nintendo Edition, heute mit Magical Drop 2, oder wie Yukio es nannte, Grüße gehen raus an den Kollegen, lass sofort den Zauberstab fallen, 2. Data East, da weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr, ob das eine gute Sache war oder nicht oder doch. Weil LJN ist meistens nicht gut. Ich... Oh Gott, da fängst du ja gleich das Schielen an. Ah, Yukio hat wieder die Waifu gespottet. Ich habe absolut keine Ahnung, was sie hier von mir wollen. Ich wünsche aber auch, dass es wieder irgend so ein Puzzleding ist. Sind wir ehrlich, wir waren super easy. Hängt hier im Rotz aus der nicht vorhandenen Nase. What the fuck? Komm, Yukio, nehmen wir für dich die halben Nackische. No, hold him back! Sniffle, sniffle. Okay. Uh. Go! Okay, so müssen in einer Linie sein, anscheinend. Okay, wenn sie in derselben Farbe hintereinander sind. Dann saugt man die auch alle mit weg. Was war denn das? Und wir haben Bubi für die X. Yay! So fickt mich schon wiedersehend. Michael, du hast schon die ersten beiden Dinger verpasst. Als erster war auch schon, ähm, ja. Aw. Hahaha. Welcome. Hey! Hahaha. Ready! Fight! Welcome. Go! Go! Das war's für heute. Um... Ja, viel Spaß mit deinen Punkten. Nun geht's setz um Battle Royale. Junge, was hat hier denn da gerade auf die Kacke gehauen? Was konnte ihn produzierenderweise tätig? Was gibt's? Ich sage, das hier ist ja jetzt... Kann man mal machen. Aber es wäre jetzt auch nicht so, dass... Da würde ich dann lieber Puzzle Bubble spielen. Muss ich mal hören, ob ich mal das... Mal von einem Kumpel ausleihen kann, wenn der denn auch weiß, wo seine N64-Spiele rumfliegen. Äh... Warum liegen die hier alle so kocke? Danke. Come on! Dass sie halt hier diagonalisch connecten dürfen und das nur irgendwie manchmal, das ist ein absoluter Graus für mich. Ich will wieder Lust auf Soulcalibur, ey. Seid ihr denn jetzt noch neue Farben, oder was? Okay, die gehen kaputt, wenn man die anderen wegschnüffelt. Ja, wow. Oh, hier die ganz leckeren Mechaniken. Go! Nice! Go! 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 Go, go, go! 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 Nein! Go! 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 Wie doof sollen sie fallen? Die Antwort ist ja. Menschenskinder! Wenn nix was irgendwie halbwegs eine Farbe zusammen ergeben möchte. Roten wollte ich... naja. Go! 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 Wee! You win! Wo bist du dabei? Nice face! Und das ist doch sehr easy! Oh Gott! Go! No! Noch einig! Nein! Sieg! Sieg! Das war's für heute. Das war's für heute. Wenn ich als verdrücken würde, welche die Ransaug-Taste ist und welche die Abschmeiß-Taste ist, würde es definitiv ein ganzes Stückchen einfacher gehen. Das war's für heute. Ich habe jahrhunderte nicht mehr gespielt, außer hier beim Gamecube-Massaker. Oh Gott. Okay. Wenn du das jetzt nicht gerockt hast, dann weiß ich's jetzt auch nicht. Boom. 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 Das war's für heute. Biststück. 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 Go! 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 Nein! Go! 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 Jetzt kann man ein paar weg hier, dann dumm 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 dumm. Go! 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 Nein! Go! Go! Alter! Go! 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 Uiuiuiuiuiui! Der hat ja ganz schön Druck gemacht, der Junge! Naja! 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 Gott sei blond mit goldenen Augen sieht ja noch schlimmer aus, ey! Naja! 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, lasst dem Video ein Däumchen da, das würde mir sehr, sehr weiterhelfen und mich sehr freuen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ist so ein Spiel was für euch oder braucht ihr mehr Action? Wenn ihr mehr sehen wollt, wisst ihr, wo der Abo-Button ist, dann bedanke ich euch recht herzlich fürs Zusehen. Ich bin Kartgeier, ich bin spontan von der Rolle. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.